So, Halbfinale startet. 0-0, Direct Service. Stoppball. Roman müsste eigentlich noch total kaputt sein. Er hat jetzt zwei schwere Matche hinter sich. Die muss er doch irgendwann einmal in den Beinen spüren. Ich denke, er wird versuchen, ihn zu bewegen und irgendwo an seine Kraftreserven zu drängen und darüber dann das Wedge zu gewinnen. Lange Ballwechsel, jawohl. Ich denke, Dariq probiert das hier über die Kraft zu machen, dass er ihn da zermürbt auf dem Deutschen. 30-0. 40-0. Roman, denke ich, hat totale Puddingbeine. Wie gesagt, alle schwere Matche hinter sich. 1-0, Dariq. Wir blenden uns hier bei diesem Halbfinale mal aus. Ich gehe wieder in das andere Halbfinale, weil ich denke, dort ist die Entscheidung im Gange.